Hallo Leute und Willkommen zu einer neuen Aufnahme Season von Let's Play Minecraft Together Season 1 mit mir und dem Tobi Tobi hat ne schöne Lederhose an Oh Leute, ne das war Optifine Alter, okay, okay Alter, das macht nur die Hälfte Schaden Hilfe Lass mich Traum oder ich muss dich töten, ne? Ich töte dich Nein, lass es Alter, stopp, Frieden, 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 Frieden Ich hole mir gerade, Alter, ich hab bis jetzt auch drei Herzen, die mir druntergebrannt Okay, also, äh Nein, das ist gar kein Unendlichkeitsidiot Ui Ich seh' auch nicht mehr mit Optifine, in dem Fall, das ist irgendwo im Junker Äh, Tobi, guck mal, was ich für dich habe, du wolltest hier unten beim Neteraum weiterbauen, ne? Guck mal, ich geb ihm alles, was ich im Inventar habe, davon Voll geil, oder? Wieso hattest du so viel? Weil wir letztes Mal im Netera waren Oder war das bei dieser Aufnahme, wo, also, äh, es können Bugs auftreten, die hatten wir ja auch schon letztes Mal Äh, scheiße Äh, das liegt daran, dass, äh, das, äh, Torms PC abgeschmiert ist bei der Aufnahme Das war auch letztes Mal so, dass wir dann plötzlich die Sachen im Inventar hatten Ähm, keine Ahnung warum Aber wir haben nichts gescheatet, also, wir sind grade erst mal wieder seit wie vielen Wochen? Monat Also, ich glaub, die letzte Aufnahme war im März, und jetzt sind wir grade, äh, Ende August 29. Ich hab' mal wieder Bock aufzunehmen Ja, und, äh, genau, dann hab' ich hier gerade eine Baustelle bei unserer Lagerhaus, die wir machen wollten Und dann natürlich unten unsere Geil in Netera, die guck' ich mir jetzt auch noch mal an für euch Genau, da wollte ich an einem A, äh, Eingang arbeiten Genau, und das würde dann die von innen noch fertig machen Da, letztes Mal hab' ich nämlich hier nachgeguckt, wie man so, wie man so eine goldene, äh, Powerway Craft und dann ist mein PC abgeschmiert Da, da hatten wir nämlich... Idiot! Da hatten wir nämlich hier schon den Raum fertig mit dem Zaubertable und so Das war auf jeden Fall richtig geil aus Das sieht auch gut Das werde ich jetzt eben schnell wieder aufbauen Genau, und ich mach' ich mach' es sein, ich weiß jetzt auch nicht mehr, ob der Torben die Sachen im Inventator Aber die haben wir auf jeden Fall gefarmt Äh, letztes Mal im Netera Schade, dass der PC abgeschmiert ist Die, äh, konnten wir eben nicht wiederherstellen Wir hatten, wie lange aufgenommen? Zwei Stunden fast? Ja, schätze ich mal Also, ich wollte es zwei Stunden aufgenommen Dann könnt ihr euch vorstellen, wie ärgerlich das war, als dann der Torben so hatte Äh, also plötzlich Skype, äh, ist, äh, quasi bei mir zuerst dann weg gewesen Der anrufe ich so, oh, super, mein Internet ist wieder am Arsch oder Torben Weil das lässt da so Ähm, oder früher auch gewesen Wir haben so eine geile Kettenhaube mit Schuss 2 und Wasser auf die 4 1 Naja, ja, hab ich doch mal von nem Shop hier bekommen War das aber nicht schon so lieb Und, äh, auf jeden Fall, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie ärgerlich das war Oder vielleicht doch Alles, was so ärgerlich ist Äh, ja, dann hat mich der Torben über Festnetz angerufen und so Ach, Tobi, hi, ja, 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 mein PC ist gerade auch geschmiert und so auch noch mit dem Arsch Äh, der Server wird dann ja quasi immer auf den letzten Stand zurückgesetzt, weil er nicht so resetet wurde Äh, äh, und Und, hier finde ich die Fasseln wieder Tobi, hast du vielleicht noch Holz dabei? Äh, ja, ein Stack Ja, gut, also grobe, aber nicht normales, ne? Also ganz so Holzplanken Äh, ja Ja, egal, ich muss erstmal ein paar Kisten machen, dann gehe ich gleich noch mal Ja, ja, schon mal Ja, schon mal schon, aber Wow! Spielen auch 1.6.2 2.2, muss ich gerade noch abdecken Äh, das finde ich so cool, dass das jetzt hier so mit diesem Crafting-Tail Hey, wir können ja auch mal nach Pferden hier suchen Ja Aber da müssen wir zwei Satteln mitnehmen Satteln Äh, kann man die eigentlich jetzt craften? Ich glaube aber nicht, oder? Nein, aber ich weiß nicht Einen haben wir auf jeden Fall, das weiß ich, wir könnten uns den ja mal abdecken Einen haben wir auf jeden Fall, ja, hier ist er Ne, das ist Leder, warte, aber einen haben wir doch Den hab ich doch extra, doch hier oben ist er Ja, lol, echt? Ja, haben wir noch einen, komm schon, komm schon, dass wir sogar Bitte, 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 bitte Irgendwo Lederhose, äh, bla 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 Blumenzopf Ah, letzte Kiste, bitte, bitte Scheiße Nein, haben wir einen, dann wechseln uns halt ab mit dem Pferd, aber Ja, ja, wir gucken mal einfach mal Ja, was ich auf jeden Fall mache, muss ich hier das Schild erst mal um ändern Genau, wir spielen jetzt zum ersten Mal, na? Ja, mit unserem Neuen Minecraft Account In der CIS So, ja, ja, perfekto Aber wir können wirklich bewusst sein, die Sachen sind auf keinen Fall geteatet Ne, keine Ahnung Das ist natürlich das Problem, dass man die dann nicht, die Aufnahme quasi nicht rekommend kann oder so Genau, das ist alles Wir können euch aber auch die Stelle, Achne Quatsch, wir haben Oder können wir die Stelle nicht theoretisch zeigen, wo wir gefahren haben Wo jetzt natürlich alles wieder so ist, äh Da bin ich auch mal gestorben Ich weiß schon gar nicht, wie es ist, Sobi Ja doch, das war, da weich doch fahren, dann, äh Da haben wir auch schon auf 1.6, da kann man ja jetzt neuerdings, äh Den ganz normalen Netherrack in Bricks hier verwandeln, in dem man es schmilzt und dann bekommt man quasi wie, legt diese Dinger raus und die macht man auch zu diesem Bricks Ähm, scheiße Wieso habe ich eigentlich keine Eisenspitzer kommt? Und, ähm, ja Achso, ich brauche ja ne neue Rüstung, ich habe nur Lele auch so Boah, ich verbaue mich ständig Scheiße Ich halte meine Vögel so, wenn ich auf das Maul halte So, das muss ich selbst einmal gucken So, das muss ich selbst einmal gucken Wie hatten wir das denn? 3 Hatten wir vielleicht So, dann bin ich mal Kisten bauen Das sind 300 Euro Das sind 300 Euro Immer schön auf den Tisch schauen und dann kommen da Kisten raus Ähm Ich glaub, da kommt los, oder so Oh, scheiße, ich weiß nicht mehr, wie das So, 7 haben wir mal gucken Das wird nicht falsch Ich wollte schaffe, dass das man Bogen jetzt im Moment auf A2 ist Ich spiele ja sonst immer, äh, Spitzerkaufer 2 Und dann kriege ich in A2, wenn ich mich verwahrt habe Äh, geht ja nicht, ich werde meinen Bogen Nicht da unten hin, Torben Nicht da unten hin, Torben Du musst nicht so lange aus Zack, zack Zack, zack Zack, 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 zack Zack Ja, dann bin ich mal kurz Holz hart In der Dunkelkeit Genau, äh, Torben Ähm Eventuell müssen wir das Lager aus dann doch nochmal versetzen Aber wir können das erstmal so aufbauen Lol, da ist der Creeper drauf Äh, dann wollte ich dann nämlich so eine automatische Sortiermaschine bauen Das heißt, wir können quasi, äh, mit Trichtern und so Wir können quasi Ja, ja, ich weiß wie Ventala reinschmeißen Ja, ich weiß wie Das hab ich mir hier auch schon mal angeguckt Ja, ich hab Mit den Redstone trichtern und so, ne Redstone trichtern Ja, man muss ja mit Redstone verkabeln dann Und den Comparator Alter Ah, ich dachte ich könnte ich nicht schlagen, aber Ich dachte jetzt schon, ich schließe mich wieder mit deinem Schwert, ey Und den Redstone Comparatoren, damit man, oh, what the fuck Daher kommt eine Treppe Ich will eigentlich nicht so eine Nacht raus, aber Komm Was willst du machen? Lol, Tobi geh nicht aus dem Eingang raus Warum? Da ist ein böser Creeper Direkter drüber Ok, ich lockte den mal weg Nee Scheiße, ich hab nicht verbaut Oder so Stirb Creeper ist tot Also so musst du das auf jeden Fall Ich überlege gerade Da hinten sind nur so komisch mal Kiro Also soll ich das lange jetzt so braun erstmal, oder? Äh, jaaa Weil ich weiß nicht, ob sich das noch lohnt Ja, ich mein Ja, ich mein Nein, das ist Mein Gott Das hab ich in ja anders Das ist so ne Frage 1, 2, 3, 4 4 Treppen Ich wette jetzt ein 1, 2, 3 Scheiße! Also Den Baumassier und Naturschutz gestellt Aber ich Oh mein Gott Äh, kannst du mir mal mal kurz ein Eisenspieler Das Spiel am Hacker bringen Also Spitzaker Ja, kommst du vielleicht auch damit Wir schlafen können Und ich würde sagen gehen Äh, ja, gleich wenn du mir die Spitze gepostet hast Ja, das ist natürlich sinnvoll Dass ich dann wieder runtergehe und die die Spitze Ja, ich komm sofort Ja Mein Gott, wo ist denn das Zeug, ey? Äh, wenn ich gleich Holzhacken geh, dann geh ich mal ein bisschen weiter weg, Tobi Und Dann nehm ich mir nämlich auch so nen Sattel mit Und wenn ich ein Pferd finde, dann zähl ich das und bring das nach Hause Läuft, ne? Ich mein, es kann ja immer passieren, dann bin ich nicht gewappt, dann kann ich zurück nach Hause bleiben Weil ich so gerne reine Das kann doch nicht sein, wir haben echt keine Stickies mehr In mir ernst? Ja Alter, ich hab mal 19 Ja gut, dann musst du hier hochkommen Ja, ich mach mal so Boah, jetzt darf ich dir alles Boah, jetzt darf ich dir alles Direkt in die Creeper geht eiskalt ins Lagerhaus rein Hast du da keine Tür drin? Nein, noch nicht Oh Sollte auch schon ne Tür sein Okay, jetzt kommt der, Tobi Okay, ne Der geht jetzt wahrscheinlich die Treppe runter Auch da, der kommt hier nicht runter Ne, ne, der steht oben am Lagerhaus Okay, der geht wieder rein, hab ich das so viel? Tatsache, der geht wieder rein Als ob der auf jemanden wartet, ich geh denn Warum geht die Tür auf? Warum geht die Tür auf? So, ich komm gleich hoch Und ich geh den Kriegermann Da steht er Okay, im Lagerhaus Das darf nicht hochgehen Äh, warte, nein, lass mich die Leiterung Ja, ich hab ein Buch Ja, ich hab das keine Schwertmann, der ist tot Zack Oh Oh Dem ich schnell die Sachen noch an So Wieder auch Schwarzpulver von dem bekommen Boah, ich hab keine Spitzkirche am Arsch Ohne jetzt nicht mit der Hand ab, glaub So Warte mal, ich hab das Gefühl Wenn mich nicht alles täuscht, das Wir nehmen aber auf, ne? Jaja Ne, ne, das wollte ich gar nicht sagen Ich habe nämlich das Gefühl, dass ich vielleicht mal auf dem Balkon ein, zwei Fackeln anbringen sollte Soll ich über der Tür oder an den Ecken? Äh, äh, keine Ahnung, an den Ecken, oder? Ja Ah, ich weiß nicht Ja, würde ich auch sagen Oh Ja, sieht das aus So, jetzt ist das hier nämlich schön hell, da kann man auch mal abends ein bisschen rumsitzen und Genau Woah Woah Hier drin ist ein Creeper reingekommen Shit, ich bin fast rot Oh mein Gott Ich, ich komme mal unten hin Oh, lol Hat der viel in die Luft gejagt? Äh, nö, zum Glück nicht Alter, wir müssen da auch unbedingt zumachen mit hier so ein sticky Pisteneingang Ja, mach ich ja, halt noch Unbedingt mit dem Knopf, ne? Ach so, okay, denn nur so wenig mitgenommen Ja, ich hab' jetzt schon alles wieder aufgebaut Ja, hier gibt es noch curse Hier, guck mal den ganzen live-videos und werden so ein schönes Video 1 ja wenn das klappt der Ersatz nach der Saarbrüche auch es sind nicht unsere Schuld um sondern die Wettbewerb das wir benutzen das ist als er hat auch ich hab kein aus dem Zombie süß wenn er so brennt die Leute sich einfach mal nicht zerschwert mit Flünderung Kriege weißt so Zombie Gehirne gibt es die neue oder bekommt man die nur Permaut ich glaub nur Permaut oder keine Ahnung ach so wollten wir jetzt schlafen gehen wir sind tot wollen wir jetzt schlafen gehen Torben ja gerne n Prozent ich gehe jetzt mal gut ich warte ich hab dir drei Heisen und ich hab dir eigentlich gebeten Prozent hier Bitteschön noch nein verdammt ich muss mir ich hab mir drei Heisen geben und ich mach mir jetzt auch ne Axt oder jetzt noch ne Holzschild formen ja und was soll ich jetzt damit soll ich sie wieder in die Wand klommen oder so wie fliegt wie am Lager ähh aus so ähm wo haben wir denn jetzt das sollte ich mir noch hier waren doch gerade noch 29 Heisen hast du das